So, jetzt ist er drin. Endlich. Junge, wie viele Schüsse? Das war, ehrlich, ein Clown zu 21. Ich komme gerade gar nicht klar, was da alles passiert. Erstmal, was ist das für ein Tor? Was ist das für ein Tor? Oh mein Gott, der hat eine Metallbrust. Er hat ehrlich eine Metallbrust. Aus dem Draft. Spanien? Iniesta. Nein, nicht Caminante Iniesta. Doch, doch. Tatsächlich Caminante Iniesta. Was? Was? Oh, oh. Wer ist dahinter? Ronaldo. Ronaldo. Nein. Ja, Zakaria. Digga, gibt es R1 noch, dass der zweite Spieler rankommt? Ja, moin. Ich sein Scheiß von einem Leihspieler. Ich spiele erst. Erster Tag FIFA und ich muss das schon wieder gegen Leihspieler. Weg. Jo, perfekt. Der war eigentlich ein X-Pass. Warum kommt der denn so in den Lauf? Ich muss das schon wieder gegen Leihspieler öhlen. Ja. Was war das? Digga, Hernandez. Lochen. Nee. Nee, 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 Freunde. Nee, nee, nee. Haben wir auch... Was kriegt man, wenn man fünfmal verliert bei Rivals? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob das schon mal jemand geschafft hat. Nein, nicht fragen. Oder Benji. Da kommt noch ein Gerät vorbei. Da kommt noch ein Gerät vorbei. Oh mein Gott. No walking way. Da kommt noch ein Gerät vorbei. Es ist insane. Es ist insane. Digga, wo ist? Digga, wo ist? Was ist passiert? Der Freunde hinterher. Da zum Beispiel. Hopp. Und jetzt da. Und jetzt laufe ich außen. Schau mal. Da nach außen. Und jetzt kommt ein Dreieckpass nach außen. Und jetzt kommt... Fupp. Sami Khedira. Wir probieren jetzt am Torwart vorbei. Okay, das klappt nicht mehr. Moritz Blötscher mit... Oh Gott. Ja, und endlich. Endlich ein Walkout. Und wir können jetzt noch einen. Bitte. Was ist denn das? Was? Ich kann nicht rumschreien. Ich kann nicht mal rumschreien. Ich kann nicht mal rumschreien. Ich habe gesagt, nö. Ich habe gesagt, nö. Ich kann nicht mehr rumschreien. frankreich mittelstürmer es ist diesmal dir kann man doch nicht helfen jetzt nicht walk out also ja ich ziehe immer den schlechtesten drei tollter und dann den schlechtesten franzosen wobei ja vielleicht vom preis her wahrscheinlich doch bei grießmann wäre glaube ich auch nicht viel mehr wert gewesen was macht der torwart da du waren im bus der mohammed salarou oha erster freistoß jetzt wird es interessant ich habe keinen plan wie das hier funktioniert oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh scheiße oh mein gott fuck scheiße achtung special move leute anna ist das raum wo er was ein pass boah gekillt ach du scheiße dass das so geklappt hat ey ja oh gott oh gott komm komm hier ey bitte stürmer Lewandowski Lewandowski da ist er wieder ja geil digger ja ich bin's ich bin's ich bin's bang hallo der pack gamm und er gibt ihn er gibt es später ich lese den gegner ich lese den gegner keine angst ich lese den ja das sieht man selten scheinbar bewertet er den strafstoß als strafe genug komm doch trau dich doch komm lupf doch in die mitte ich bleib einfach stehen ja ja ich bleib stehen Ich hab doch gewusst, dass ich dich lesen kann, mein Freund. Kommt auf. Kann jeder schon FIFA spielen? Nein, Bro. At 17 p.m. in Deutschland, you have the chance. Wir haben wieder Warran. Wir haben wieder Warran, Leute. Let's go. Warran, weg zu weg. Oh mein Gott, Junge. Ich hab nicht mal Warran mitbekommen, Leute. Mo Auber wird dieses Jahr mit Flanken, die auch komplette Szene rasieren. Ankündigung, macht einen Clip und pause das in 3-4 Monaten. Bitte kommt kein Patch her. Bitte schaut euch mal die Defensive an. Lasst diese Defensive mal auf euch werten, my friends. Lasst diese Defensive einfach mal. Schaut gar nicht die Offensive an. Lasst einfach mal die Defensive auf euch werten. Bitte schaut auch nicht nach links, wo da Raza grafen hat und so. Was hast du alles gezogen? Und wie viel Geld hast du reingesteckt? Ui, das ist die zweite Frage, die möchte ich nicht beantworten, aber die erste kann ich gerne beantworten. Digga, ich hab schon mehr verzogen als Massive, glaub ich, ziemlich sicher. Ja, also an Points hast du mehr verzogen. Ja, du ziehst einfach viel, viel schneller. Nichts hier. Das stimmt. Also, ich hab CR7 gezogen. Baresi, Mideiken, Kante, Van Dijk, Varane, Bruno Inform, Suarez Inform, Gomez Inform, Cancelo, dreimal diesen Davis, zweimal Guretzka, Laporte, Handanovic, Suarez, De Gea, Haaland, Sterling, Robertson, Luzano, zweimal groß, Auber, Salah, Die Bräune, Kane, Valverde, Werner, Casimiro, Mondi. Moimitin! Oh ja, oh ja. Digga, der Chat rastet komplett aus, die wissen gerade gar nicht, was passiert. Zuhört einfach. Was hast du, was hast du ausgegeben? Ein Kleinwagen, oder was? Oder ist es dann schon doch der Mercedes gewesen? Nee, schon ein Kleinwagen drinne halt, ne? Ich bin schon reingefahren, eine Kleinwagen, wurde schon in die Mitte. Nee, schon reingefahren, ich bin schon reingefahren. Ich bin schon reingefahren, ich bin schon reingefahren. Ich bin schon reingefahren, voroffiziellem Release. Easy. Also, es sind halt schon 2,5 so, ungefähr. Oh, was? Aber dafür hast du jetzt schon besser gezogen, als wir letztes Jahr, oder nicht? Das stimmt. 10 Mal besser. Ich hab besser gezogen, als ich in den letzten 4 Jahren zusammenleger gefühlt. Jep. Weißt du noch nicht? 15 jetzt. 10. Oh, baby. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby. Oh, na, na, na. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. Da, na, na.